Technische Beschreibung des OBDI-Fehlercodes, Bremssignalleistung des internen Steuermoduls. Was bedeutet das? Dieser generische Fehlercode für die Antriebsstrangdiagnose DTC gilt normalerweise für viele OBDI-Fahrzeuge. Dies kann Fahrzeuge von Dodge, Ram, Cummins, Ford, Chrysler und so weiter umfassen, ist aber nicht darauf beschränkt. Wenn ein Code P061E gespeichert ist, bedeutet dies, dass das Antriebsstrangsteuermodul PCM einen internen Leistungsfehler im Bremssignalstromkreis erkannt hat. Andere Steuerungen können auch einen internen PCM-Leistungsfehler mit dem Motordrehzahlüberwachungssystem erkennen und dazu beitragen, dass ein P061E gespeichert wird. Die Prozessoren zur Überwachung des internen Steuermoduls sind für verschiedene Selbsttestaufgaben des Controllers und die Gesamtverantwortung des internen Steuermoduls verantwortlich. Die Eingangs- und Ausgangssignale des Motorluftmassenberechnungssystems unterliegen einem Selbsttest und werden ständig vom PCM und anderen zugehörigen Steuerungen überwacht. Das Getriebesteuerungsmodul TCM, das Traktionssteuerungsmodul TCSM und andere Steuerungen unterliegen einer Wechselwirkung mit dem Bremssignalstromkreis. Die Schaltung des Bremssignals auch als Bremsleuchte bezeichnet wird vom PCM und anderen Steuerungen unter Verwendung von Eingangssignalen vom Bremspedalsensor überwacht. Der Bremssignalstromkreis ist in mehrere Steuerungssysteme integriert, die in OBDI-Fahrzeugen verwendet werden. Das Tempomatsystem und das Überbrückungssystem des Getriebemomentwandlers sind nur einige der gebräuchlichsten dieser Systeme. Das PCM und andere Steuerungen empfangen Eingangssignale vom Bremslichtschalter und verwenden diese Eingänge, um verschiedene Funktionen entsprechend zu aktivieren und zu deaktivieren. Diese auf die Unterscheidung zwischen ein- und ausbeschränkt, immer wenn die Zündung eingeschaltet und das PCM erregt ist, werden Selbsttests des internen Motorbremssignalstromkreises eingeleitet. Das Controller Area Network CAN führt nicht nur Selbsttests für interne Controller durch, sondern vergleicht auch die Signale jedes einzelnen Moduls, um sicherzustellen, dass alle Controller ordnungsgemäß funktionieren. Diese Tests werden gleichzeitig durchgeführt. Wenn das PCM einen internen Fehler im Bremssignalstromkreis feststellt, wird ein Code P061E gespeichert und eine Störungsanzeigelampe, Miel, leuchtet möglicherweise auf. Für die Miel-Beleuchtung können mehrere Zündzyklen mit einem Fehler erforderlich sein. Foto eines PCM mit abgenommener Abdeckung Was ist der schwere Grad dieses DTC-Prozessor-Codes des internen Steuermoduls sollten als schwerwiegend eingestuft werden? Ein gespeicherter Code P061E kann zu einem fehlerhaften Überbrückungsbetrieb des Drehmomentwandlers oder zu einer nicht funktionsfähigen Geschwindigkeitsregelung Geschwindigkeitsregelung Führen Was sind einige der Symptome des Codes? Zu den Symptomen eines P061E-Fehlercodes können gehören Harte oder verzögerte Schaltung Getriebe Motor abstellen bei Stillstand Im Antrieb Bremsleuchten Funktionsunfähig Das Fehlen einer Überbrückung des Drehmomentwandlers kann zu Schäden am Getriebe führen Was sind einige der häufigsten Ursachen des Codes? Ursachen für diesen Code können sein Schalter der Bremsleuchte Defekt PCM oder PCM Programmierfehler Defekt Unterbrechung oder Kurzschluss oder Steckverbinder im Ken-Kabelbaum Unzureichende Masse des Steuermoduls Unterbrechung oder Kurzschluss zwischen dem Bremssignalschalter und dem PCM Was sind einige Schritte zur Fehlerbehebung bei P061E? Selbst für den erfahrensten und am besten ausgestatteten professionellen Techniker kann sich die Diagnose eines Codes P061E als eine ziemliche Herausforderung erweisen Es gibt auch das Problem der Neuprogrammierung Ohne die erforderliche Neuprogrammierungsausrüstung ist es unmöglich, eine defekte Steuerung auszutauschen und eine erfolgreiche Reparatur durchzuführen Wenn ECM-PCM Stromversorgungscodes vorhanden sind, müssen diese offensichtlich korrigiert werden, bevor versucht wird, einen P061E zu diagnostizieren Wenn Bremslichtschalter-Signalcodes vorhanden sind, müssen diese zuerst diagnostiziert und repariert werden Befolgen Sie die Empfehlungen des Herstellers zum Testen der Bremslichtschalter, ersetzen Sie ausgefallene Komponenten nach Bedarf Es gibt mehrere vorläufige Tests, die durchgeführt werden können, bevor eine einzelne Steuerung als Defekt deklariert wird Ein Diagnosescanner, ein digitales Volt-Ohmmeter, DVOM und eine Quelle zuverlässiger Fahrzeuginformationen sind erforderlich Ein Oszilloskop kann sich ebenfalls als hilfreich erweisen Schließen Sie den Scanner an den Fahrzeugdiagnoseanschluss an und rufen Sie alle gespeicherten Codes und Standbilddaten ab Sie sollten diese Informationen aufschreiben, falls sich der Code als zeitweise erweist Löschen Sie nach dem Aufzeichnen aller relevanten Informationen die Codes und testen Sie das Fahrzeug, bis der Code zurückgesetzt wird Oder das PCM in den Bereitschaftsmodus wechselt Wenn das PCM in den Bereitschaftsmodus wechselt, ist der Code intermittierend und schwieriger zu diagnostizieren Der Zustand, der zur Lagerung des P061E geführt hat, muss sich möglicherweise sogar verschlechtern Bevor eine Diagnose gestellt werden kann, wenn der Code zurückgesetzt wird, fahren Sie mit dieser kurzen Liste vorläufiger Tests fort Wenn Sie versuchen, einen P061E zu diagnostizieren, sind Informationen möglicherweise Ihr größtes Werkzeug Durchsuchen Sie Ihre Fahrzeuginformationsquelle nach Technischen Service Buildings, TSB, die dem gespeicherten Code, dem Fahrzeug, Jahr, Marke, Modell und Motor und den angezeigten Symptomen entsprechen Wenn Sie das richtige TSB finden, erhalten Sie möglicherweise Diagnoseinformationen, die Ihnen in hohem Maße helfen Verwenden Sie Ihre Fahrzeuginformationsquelle, um Ansichten der Steckverbinderfläche, Steckerbelegungsdiagramme, Komponentenlocators, Schaltpläne und Diagnoseflussdiagramme für den betreffenden Code und das betreffende Fahrzeug zu erhalten Verwenden Sie den DVOM, um die Sicherungen und Relais der Kontrollerstromversorgung zu testen Testen und ersetzen Sie durchgebrannte Sicherungen nach Bedarf Sicherungen sollten bei geladenem Stromkreis getestet werden Wenn alle Sicherungen und Relais wie vorgesehen zu funktionieren scheinen, ist eine Sichtprüfung der Kontrollerbezogenen Kabel und Kabelbäume angebracht Sie sollten auch die Erdungsverbindungen zwischen Fahrgestell und Motor überprüfen Verwenden Sie Ihre Fahrzeuginformationsquelle, um Erdungspositionen für verwandte Stromkreise zu erhalten Verwenden Sie den DVOM, um die Bodenintegrität zu testen Überprüfen Sie die Systemsteuerungen visuell auf Anzeichen von Wasser, Hitze oder Kollisionsschäden Jeder Controller, der insbesondere durch Wasser beschädigt ist, sollte als defekt angesehen werden Wenn die Strom- und Erdungskreise des Controllers intakt sind, vermuten Sie einen defekten Controller oder einen Programmierfehler des Controllers Der Austausch des Controllers muss neu programmiert werden In einigen Fällen können Sie neu programmierte Steuerungen über Aftermarket-Quellen erwerben Andere Fahrzeugesteuerungen erfordern eine Neuprogrammierung an Bord, die nur von einem Händler oder einer anderen qualifizierten Quelle durchgeführt werden darf Im Gegensatz zu den meisten anderen Codes wird der P061E wahrscheinlich durch einen defekten Controller oder einen Controller-Programmierfehler verursacht Prüfen Sie die Erdungsintegrität des Systems, indem Sie die negative Prüfleitung des DVOM mit Masse und die positive Prüfleitung mit der Batteriespannung verbinden Gründelk Molten Vielen Dank.